Hier lebt die 19-jährige Cheyenne Ashley Tiffany zusammen mit ihren Kindern Tom Henrik, Marc Jerome und Jacqueline. Ihren Vater kennen die drei Kinder nicht. Die zwei Väter sind von drei unterschiedlichen Kindern. Drei... Scheiße. Jacqueline, leg die Banane weg! Wir hatten Currywurst zum Mittag ausgemacht! Cheyenne Ashley Tiffany hat ihre Gründe, warum sie bei Mitten im Leben mitmacht. Ich mach bei Mitten im Leben mit, weil ich von den Fernsehmachern dann 100 Euro kriege. Und davon kaufe ich mir einen neuen DVD-Player. Tom Henrik, nimm die Maul weg von der Oma sein Bier! Scheiß Kind! Die 19-jährige Mutter bekommt am Wochenende Unterstützung von Oma Gertrud. Marc Jerome, tu auch mal die Oma winken! Am Wochenende tut meine Mutter mich unterstützen. Also die Oma von den Väter. Die mit den Kindern, die ihre Oma, die von der Mutter, die... Scheiße, ich kriege... Jacqueline, du Arsch! Nicht das Katzenfutter fressen! Ja, da wollen wir auch noch was von haben! Du sollst nicht immer so hedodistisch sein! Am Ende des Tages verabschiedet sich Cheyenne Ashley Tiffany von uns. Nein, Jacqueline, die von Fernsehen müssen jetzt gehen! Nein, du machst nicht was mit Lisa! Das ist eine Assige! Du sollst nicht was mit Assige Leute machen! Marc, Jerome! Tom Henrik, komm mal bei die Mama! Wir gehen noch körn die Wurst! Nein, du brauchst keine Jacke! Das sind 9 Grad draußen! Das ist ein bisschen Katzenfutter